Hallo ihr Lieben, ich bin Medi und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute dürft ihr euch auf eine sanfte, ausgleichende, aber dennoch aktivierende Yoga-Einheit freuen, die sich ganz wunderbar für den Morgen eignet. 15 Minuten am Morgen lassen sich eigentlich immer noch gut irgendwo unterbringen und ihr startet gleich viel wacher und bewusster in den Tag. Hilfsmittel braucht ihr heute keine. Wenn ihr möchtet, dann schnappt euch aber gerne eine Decke, um euch leicht erhöht zu setzen und vor allem, um im Ausfallschritt euer Knie zu polstern, wenn es für euch ein bisschen angenehmer ist. Ja, dann würde ich auch schon sagen, auf die Matte und los geht's. Startet gut und sandet in den Morgen. Wir beginnen in der Haltung des Kindes. Bring die Knie etwas weiter auseinander. Wandere mit deinen Händen nach vorn und lege deinen Oberkörper, deine Stirn an den Boden ab. Nimm wahr, wie dein Körper aufliegt und nutze diesen Moment hier, um ganz bewusst anzukommen. Atme tief ein und vollständig aus. Dann hebe deinen Kopf einmal leicht von der Matte und fädel den linken Arm zur rechten Seite durch. Komm auf die linke Schläfer. Lass die Augen gerne geschlossen und richte deine Aufmerksamkeit auf deinen ganz bewussten Atem. Wenn du magst und es sich angenehm anfühlt, bring deine rechte Hand von hinten an deinen linken Oberschenkel für eine zusätzliche Dehnung deiner rechten Schulter. Egal wo du bist, atme noch mal tief ein und aus. Sehr schön. Dann finde langsam wieder den Weg zurück zur Mitte und fädel nun den rechten Arm zur linken Seite durch. Komm auf die rechte Schläfe. Die Augen nach Möglichkeit weiterhin geschlossen, um so noch bewusster, noch intensiver wahrzunehmen. Auch hier kannst du, sofern es für dich angenehm ist, deine linke Hand von hinten an deinen rechten Oberschenkel bringen und so eine zusätzliche Dehnung deiner linken Schulter kreieren. Schau, was sich heute Morgen für dich gut und nähernd anfühlt und schenke dir noch einen ganz tiefen Atemzug ein und aus. Dann löse das Ganze wieder auf, komm in die Ausgangsposition, streck beide Arme nochmal nach vorne aus, Stirn zum Boden, komm auf die Fingerspitzen, atme hier nochmal tief ein und in die komplette Länge deines Rückens wieder aus. Wunderbar. Von hier aus richte dich auf und finde deine aufrechte, sitzende Position. Entweder den Fersensitz oder den Schneidersitz, gerne auch unterstützt mit einer Decke unter deinen Sitzbeinhöckern. Dann atme hier ein, öffne deine Arme einmal zu den Seiten, schieb dein Brustbein nach vorn, atme aus, mach dich ganz rund, stell dir vor, du umarmst einen riesengroßen Rundenball, zieh dein Kinn zum Brustbein ran. Einatmen, wieder öffnen, Blick und Herz heben, Hohlkreuz. Ausatmen, ganz rund werden, den Nabel einsaugen, den Rücken richtig schön rund. Einatmen, einatmen, noch ein letztes Mal öffnen, ganz großzügig und ausatmen, ganz rund werden. Achtung, verschränkt die Hände ineinander, atme ein, zieh die Arme nach oben, Handflächen zeigen Richtung Himmel und mit der Ausatmung löst die Verschränkung, dreh dich einmal auf zur rechten Seite. Einatmen, zurück zur Mitte, die Arme wieder heben. Ausatmen, dreh dich auf zur linken Seite. Einatmen, Mitte, Arme heben und ausatmen, Hände vors Herz, Energie zentrieren. Sehr schön. Von hier aus, stell die Hände vor dir auf, stülp die Füße um und schieb dich in den herabschauenden Hund. Lass die Beine gerne leicht gebeugt und fokussiere hier wirklich mal die Länge im Rücken. Schieb dein Steißbein nach hinten und oben und stell dir vor, du kannst die Wirbelsäule förmlich auseinanderziehen. Dann mach hier gerne einmal intuitiv die Bewegungen, die du brauchst, damit sich dein herabschauender Hund jetzt komplett anfühlt. Okay. Mit deiner nächsten Einatmung roll einmal nach vorne in die schiefe Ebene. Ausatmung, leg über die Knie an den Boden ab, Ellenbogen eng. Einatmen, kleine Kobra, heb den Oberkörper, Nacken bleibt lang. Aus, leg mit Länge ab, Stirn zum Boden. Ein, schieb dich zurück Richtung Fersen, stirb die Füße um und aus, streck die Beine wieder, herabschauender Hund. Mit der nächsten Einatmung heb dein rechtes Bein lang nach hinten und oben raus. Ausatmung, mach mit rechts einen großen Schritt nach vorn, erde dein linkes Knie und deinen linken Fußrücken. Ein, richte dich auf, Arme über die Seiten heben. Aus, lass dich ein Stückchen tiefer sinken für den Ausfallschritt Anjanersana. Von hier aus, bring mal deine rechte Hand auf deine rechten Oberschenkel und dann atme ein, zieh den linken Arm nach oben, lehn dich leicht zurück und mit der Ausatmung lehn dich rüber zur rechten Seite und dann spüre mal die Dehnung in deiner linken Flanke und vor allem in deinem linken Hüftbeuger. Ein ganz wundervoller, effektiver Stretch, besonders für alle, die im Alltag viel sitzen. Mit deiner nächsten Einatmung hebe beide Arme wieder Richtung Himmel. Ausatmung, bring die Fingerspitzen zum Boden. Einatmen hier, Blick heben, linken Fuß umstülpen und Achtung, mit der Ausatmung setz den linken Fuß nach vorne neben den rechten für die ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, langer Rücken, Hände gerne an die Schienbeine. Ausatmung, nochmal ganze Vorbeuge, den Oberkörper schwer Richtung Boden hängen lassen. Einatmung, richte dich auf, Arme über die Seiten heben und Ausatmung, bring die Hände vors Herz, Berghaltung, Tadasana. Wir bleiben im Fluss. Atme ein, heb die Arme kraftvoll über beide Seiten nach oben. Atme aus, tauch ab, ganze Vorbeuge. Einatmung, halbe Vorbeuge, langer Rücken. Aus, tritt zurück in die schiefe Ebene, Yoga Liegestütz. Einatmen, hier halten. Aus, über die Knie oder ganz an den Boden ablegen. Einatmen, roll die Schultern zurück, heb den Oberkörper, kleine Kobra. Und Achtung, diesmal mit der Ausatmung direkt zurück in den Herabschauern. und den Hund. Ein Zwischenatmzug hier tief durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Mit deiner nächsten Einatmung heb das linke Bein lang nach hinten und oben raus. Ausatmung, mach mit links einen großen Schritt nach vorn zwischen die Hände, rechtes Knie und rechten Fußrücken erden. Einatmung, richte dich auf, Arme heben. Aus, lass dich ein Stückchen tiefer sinken für unseren Ausfallschritt Anjaner Sanna. Wir wollen die rechte Seite wieder etwas mehr öffnen. Dafür bring die linke Hand auf deinen linken Oberschenkel. Atme ein, zieh den rechten Arm nach oben, lehn dich leicht zurück. Und dann mit der Ausatmung lehn dich rüber nach links und zieh den rechten Arm achtsam etwas weiter rüber zur linken Seite. Wunderbar. Mit der nächsten Einatmung richte dich wieder auf, beide Arme heben. Ausatmung, bring die Fingerspitzen zum Boden. Einatmen hier, Blick heben, rechten Fuß umstülpen. Und Ausatmung, mach mit rechts einen Schritt nach vorne neben den linken Fuß für die ganze Vorbeuge. Einatmung, halbe Vorbeuge, langer Rücken, langer Nacken. Ausatmung, ganze Vorbeuge, alles hängen lassen. Ein, richte dich auf, heb die Arme über die Seiten nach oben. Und Aus, bring die Hände vors Herz und zieh die Mundwinkel nach oben für die lächelnde Berghaltung, Smiling Tadasana. Sehr schön. Einatmung, die Arme nochmal kraftvoll über beide Seiten heben. Ausatmung, tauch ab, ganze Vorbeuge. Ein, halbe Vorbeuge, langer Rücken. Aus, tritt zurück, schiefe Ebene, Yoga Liegestütz. Einatmen hier und mit der Ausatmung komm in Bauchlage. Von hier aus, stell die Fingerspitzen links und rechts neben dir in Schulterhöhe auf. Dann atme ein, heb den Oberkörper nach oben, Cobra Variante, Gesäß aktiv. Ausatmung, dreh dich auf zur rechten Seite, linke Schulter tief. Einatmen, mittellanger Nacken. Aus, dreh dich auf nach links, rechte Schulter tief. Einatmung nochmal Mitte und mit der Ausatmung leg mit Länge ab, Stirn zum Boden. Dann stell die Handflächen neben deinem Brustkorb auf, schieb dich zurück, kreuz die Unterschenkel und lande von hier aus im Schneidersitz. Für einen abschließenden Nackenstretch, bringe mal deine rechte Hand auf deine linke Schläfe und lass dein rechtes Ohr zur rechten Seite sinken. Spür die Dehnung im Hals- und Nackenbereich auf der linken Seite. Atme tief ein und aus. Dann schiebe mit der rechten Hand deinen Kopf achtsam wieder zurück zur Mitte und wir wechseln die Seiten. Bring die linke Hand auf die rechte Schläfe und lass dein linkes Ohr zur linken Seite sinken. Spür die Dehnung im Schulter- und Nackenbereich auf der rechten Seite und schenke dir auch hier einen ganz tiefen Atemzug ein und aus. Dann führe mit deiner linken Hand deinen Kopf achtsam zurück zur Mitte und verschränke jetzt beide Hände hinter deinem Hinterkopf, senk den Blick, zieh deinen Kinn Richtung Brustbein ran und zieh die Ellbogenspitzen zueinander. Schiebe den Kopf tendenziell nach oben in die Hände und spür einmal die Länge in deiner kompletten Rückseite. Sehr schön. Dann löse das Ganze allmählich wieder auf, heb den Blick und drehe einmal gegen, erst nach rechts, und dann rüber zur linken Seite. Richtet den Blick wieder nach vorne. Atme ein, heb die Arme nochmal ganz kraftvoll über beide Seiten nach oben. Atme aus, bring die Hände vors Herz. Leg die Hände auf deine Knie oder Oberschenkel, lass die Handflächen nach oben zeigen, schließ die Augen und lass uns die Einheit mit einer stillen Meditation von einer Minute versiegeln. richte deine Aufmerksamkeit dabei bewusst auf deinen Atem und beobachte einfach nur, wie die Atemzüge kommen und wieder gehen. auf den Atemzüge und wieder gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann komm langsam wieder zurück und lass deinen Atem tiefer und voller werden. Bring die Hände vors Herz, senk den Blick, verneig dich vor dir selbst und deiner Yoga-Praxis. Und öffne die Augen, lass den Blick klarer werden und nimm den inneren Frieden und die Leichtigkeit mit in den Tag, der dir bevorsteht. Vielen Dank für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal. Namaste.